Mein Herz schlägt Schlager, hey, oh. Hallo ihr Lieben, Miteinander stark. Eine schöne Aktion, die hier ins Leben gerufen wurde. Und ich bedanke mich bei Giovanni Zarella ganz herzlich für die Nominierung. Meine Kolleginnen und Kollegen haben hier eigentlich alles gesagt, was man sagen kann. Wir sind in einer wirklichen Ausnahmesituation. Und hier heißt es einfach, nun zusammenzuhalten, miteinander vorsichtig umgehen, auch vertrauen. Und wir können alle nur jeden Tag aufs Neue Danke sagen an all die Ärztinnen und Ärzte, an die Pflegerinnen und Pfleger, die hier wirklich rund um die Uhr kämpfen, um mit uns gemeinsam diese Krise zu bewältigen. Mir fällt eigentlich nur ein Lied ein und vielleicht schenkt das ein bisschen Hoffnung und Kraft. Du schaffst das schon. Mach mit mir, was du willst. Zeig mir alles, was du fühlst. Du schaffst das schon. Schalt mich ein, schalt mich aus und hol alles aus mir raus. Du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Wie eine Königin, die über mich bestimmt. So regierst du mein Herz und auch meinen Schmerz. Du schaffst das schon. Wie eine Königin, wie eine Königin, die über mich bestimmt. So regierst du mein Herz und auch meinen Schmerz. Du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Ja, irgendwie schaffen wir das gemeinsam. Ich nominiere an dieser Stelle Malte Kelly, Christine Stark und meinem lieben Freund Matthias Räum. Tut mir bitte einen Gefallen. Passt auf euch auf. Bleibt oder werdet gesund. Bis bald. Euer Florian. Ja, hallo ihr Lieben. Wir haben gerade eine sehr bewegende Zeit und deswegen ist es umso schöner, dass wir jetzt eigentlich gemeinsam einfach mal Musik machen. Denn es gibt viele Menschen da draußen, die viel für uns riskieren und das sind gerade die Ärzte und Arzthelferinnen und auch unsere lieben Kassierer und Kassiererinnen an den Supermärkten. Die jeden Tag ein Risiko eingehen, um für uns taffer zu sein. Lieber Florian, danke für die Normierung bei der Stark Challenge und ihr seid unsere Joker, unsere Wagenhelden. Dankeschön. Wir sind verwandte Seen, können hören, was wir denken, der eine für den anderen, wenn er grad nicht weiß, was wird. Schickst du mir SOS, steh ich bereit. Ich halte dir den Rücken frei. Ich bin dein Joker, der Pfeil. Hier geht es lang, dein Ass im Ärmel. Wenn du keinen Ausweg mehr weißt, egal wo du feststellst, ich zieh dich da raus. Hast du vielleicht grad mal dein Glück aufgebraucht, zu hochgepuppert. Dann bin ich dein Joker. Du sagst aus dieser Nummer, da kommst du grad nicht raus. Details erzählst du später. Hast halt irgendwie Mist gebaut. Du kannst mir vertrauen. Ich bin dein Joker. Der Pfeil. Hier geht es lang, dein Ass im Ärmel. Wenn du keinen Ausweg mehr weißt. Egal wo du feststeckst, ich zieh dich da raus. Hast du vielleicht grad mal dein Glück aufgebraucht, zu hochgepuppert. Dann bin ich dein Joker. Ich bin dein Joker. Joker. Vielen lieben Dank an die tapferen Menschen da draußen. Und ich möchte für diese gemeinsame Challenge Julian Reim nominieren, Soteria und unsere starke Bälle in der CD. Gemeinsam sind wir stark. Passt auf euch auf. Tschüss. Mein Herz schlägt Schlager. Hey. Oh.